Grüßt euch Leute zu diesem wunderbaren Montag, an dem wir ein bisschen über den Bitcoin-Kurs, die Marktlage und Co. quatschen. Denn Leute, es ist einfach eine schwierige Frage, wenn jetzt einer meint, es ist Bärenmarkt und einer meint, es ist Bullenmarkt, wir haben den noch nicht beendet, der Boden ist schon da, nein, der Boden ist bei 20k und keiner weiß wirklich, was Hand und Fuß hat. In dem Fall verliert fast jeder die Diskussion, weil er kurzzeitig irgendwie bullish ist, kurzzeitig bearish ist und das Ganze einfach nicht in eine Richtung mit dem Kurs gehen möchte. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir ein bisschen Motivation mitgeben, aber dich auch auf den Worst Case vorbereiten, weil es ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass wir bei Bitcoin die 20.000 Dollar sehen, dass wir bei Bitcoin die 10.000 Dollar sehen, also ganz schlimm gesehen, aber es ist natürlich auch nicht unmöglich, dass wir auf die 100.000 Dollar hochgehen. Und beweisen möchte ich dir das anhand von verschiedenen Langzeit-Charts, von Verbildlichungen, von Marktzyklen und jetzt gehen wir einfach mal wirklich in die Materie rein. Ich möchte, dass du dir ein bisschen die Ruhe nimmst, dieses Video auch zu verstehen, weil anschauen bringt recht wenig, du musst es auch verstehen. Und ich möchte mich natürlich nochmal bei jedem Einzelnen von euch bedanken für die ultra krassen Bewertungen. Leute, 100% Likes, 99,5%, 99,2%, also wirklich, wirklich ein mega Danke an dich und vergiss nicht, dieses Video auch wieder mit einem Daumen nach oben und einem richtig kummelten Kommentar auszustarten, das zeigt dem Algorithmus, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und jetzt möchte ich dir auch zeigen, warum tatsächlich auch bei meinem Kanal es sichtbar ist, in welcher Marktlage des Kryptomarktes wir uns gerade befinden. Das könnt ihr einfach mal googlen, Market Cycle ohne Krypto, ohne alles, sondern nur der Zyklus eines Marktes und sehr oft kommt da auch eine Krypto-Bezugssache irgendwie ins Spiel. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, weil diese ganzen Chart-Sachen sind unheimlich präzise. Also wirklich von der Vergangenheit gesehen auf jetzt fast unheimlich eben, wie sie eintreffen. Und jetzt schauen wir uns das mal an vom 19. Februar 2021. Und da habe ich jetzt extra einen Long-Term-Chart rausgesucht, dass sich da nicht irgendwas brandneues ist, wo irgendwer denkt, er ist so ultraschlau und was auch immer. Sondern hier 31. oder Mitte Februar, 20. Februar. Das heißt, wir waren im Chart quasi hier und die Marktlage, die wir jetzt quasi sehen, sind zwei Tops, eine Konsolidierungsphase. Und ja, wenn wir uns das hier ansehen, zwei Tops, eine Konsolidierungsphase. Ihr merkt, worauf ich hinaus will, auf ein krasses Worst-Case-Szenario. Und ich möchte auch noch ein schönes Bild vom Chart 2017 hernehmen. Das war der Bullenmarkt, der für mich die komplett neue Welteröffnung war, wo ich aus wenig Geld auch schon richtig viel gemacht hatte, mich Nüsse mit der Materie ausgekannt habe. Das war eine Zeit, als ich in Österreich noch im Bundesheer war, den ganzen Tag irgendwie herumgeschwatelt bin und marschiert bin und dann am Abend auf die Charts gesehen habe. Und auf einmal jeden Tag irgendwie fünfstellig mehr am Portfolio. Das war richtig, richtig dick auf jeden Fall. Und ich möchte auch jeden Fall mal zeigen, welche Blindheit mir da irgendwie den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und eben auch, wie es jetzt theoretisch Worst-Case aussehen könnte. Wie wir hier eben zweifelsfrei anhand des Twitter-Datums sehen können, ist das Ganze vor dem Bullenmarkt oder vor diesem Double-Top entstanden. Und deswegen finde ich auch diese Grafik sehr cool. Nicht nur auf den Bullenmarkt, auf diesen letzten Double-Top-Markt bezogen, sondern generell. Und irgendwie ist das trotzdem genauso eingetroffen. Und ich möchte uns jetzt mal hier diese Bildüberschriften mit einnehmen. Und zwar ist diese ganze flache Phase am Anfang. Ich habe mir damals Videos angesehen, wo irgendwelche großen Indikatoren sich überschnitten hatten. Und beim Preis von 10.000 Dollar meinte dann jeder irgendwie, hey, jetzt könnte es losgehen, jetzt Bullenmarkt, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich habe dann angefangen, meine Papierstapel in Krypto zu verwandeln. Und dann ging das Ganze auch schon recht flott in die Höhe. Das haben wir eigentlich ganz genau hier gesehen. Also wirklich wild, wie das wieder mal übereinstimmt. Und auch mit diesen Zwischenetagen drinnen. Also Wahnsinn, wie das hier gut eintrifft. Dann haben wir hier Euphorie und einen Ultra-Abklang. Wir haben hier sogar auch ein Higher High im Chart. Wirklich exakt wie beim Bitcoin, wenn wir hier rauszoomen. Und hier auch quasi die Mindset-Einstellungen der Leute. Und zwar grundsätzlich am Boden sagt man auch, okay, eine Erholung, ein Absacken ist möglich. Dann ein Wahrhaben, dass diese Rallye quasi echt ist. Und dann Zeit, jetzt voll reinzugehen. Also ich hoffe, das ist eher hier jetzt gemeint. Dann haben wir die Euphorie, wo jeder sagt, to the moon, ich bin der nächste Warren Buffett und wir werden alle reich. Dann eine krasse Korrektur hier, teilweise, ich glaube, 50% dürfte man das nennen. Und dann, ja, wir brauchen einfach ein bisschen Abkühlung für die nächste Rallye in diesen Preisbereichen. Eigentlich, wo wir uns jetzt gerade befinden, muss ich sagen. Auch diesen Boden hier, wo wir quasi genau auf dieser Ebene konsolidieren. Wo man dann schon sagt, okay, der Dip dauert schon länger, als man denkt. Und warum werden meine Trades liquidiert? Warum geht gerade nichts nach oben? Und dann schon, ja, wenn es noch weiter nach unten geht, wo wir uns quasi hier drin befinden. Die bullischen Chart-Pattern, die man quasi einzeichnet, die gehen nicht auf. Die werden ständig rejected. Und, ja, das ist dann auf jeden Fall noch möglich. Das Ganze verbindet sich dann eher mit einer Realitätsverweigerung, wo man sagt, nein, meine Investments sind super. Sie werden bald auf neue All-Time-Is gehen. Ich bin ein guter Investor. Ich behalte die Ruhe. Und wenn man dann wirklich wie 2017, Leute, da sind wir runtergegangen, hammerhart, haben uns hier eingependelt. Ich dachte, minus 50% vom All-Time-I. Ich kaufe jetzt schön ein. Dann kamen wir irgendwie von 10.000 auf die Ebene von 6.000, 7.000 Dollar runter. Und nach einem halben Jahr irgendwie auf dem Level pendeln, dachte jeder, es geht noch weiter rauf. Was passiert? Minus 50% auf den Knalle hart geschädigtes Portfolio. Jeder weint. Jeder voll am Boden. Ne, also so schlimm war es nicht. Aber theoretisch, ne, ihr könnt es euch vorstellen. Also richtig, richtig mies. Und genau das ist auf diesem Market-Cycle auch drinnen. Diese Panik nach einem Ultra-Drop nochmal so hart ins Knie, ja, geschortet zu werden, wo man sich denkt, shit, everyone is selling, jeder verkauft. Ich muss da jetzt rausgehen. Ich lasse das Investment. Ich verkaufe Bitcoin. Und genau wer das gemacht hat, ja gut, wir brauchen gar nicht drüber diskutieren. Jeder verkauft von Bitcoin in der Vergangenheit, außer halt die Preise über uns bei diesen zwei Spitzen, war ein absolut riesengroßer Fehler. Weil auch noch auf diese Einstiege von 10.000 Dollar bist du hier mit fast 400% im Plus nach ein paar Jahren. Das passt eigentlich. Das ist voll in Ordnung. Da kann sich keiner beschweren, ja. Und wenn wir uns mal die Klickzahlen von meinem YouTube-Kanal anschauen. Ich habe begonnen im Oktober vom letzten Jahr her. Und wir hatten dann auch Tage drin mit fast 10.000 Views. Also da war wirklich die Post. Aber ich glaube, das war auch V-Launch zu verdanken, dieser Hype. Und jetzt gehen die Zahlen einfach schön nach unten. Ist jetzt auch mit den Abonnenten ziemlich ähnlich. Mit der Wiedergabezeit spricht das allgemeine Interesse der Leute, das sinkt. Da sind wir einfach hier unten mit drinnen. In der Telegram-Gruppe geht es zwar auch richtig ab, aber natürlich ein bisschen weniger. Und jetzt muss ich konkret und wirklich genau zu dir sprechen. Ich sage dir eins, wir sind auf einem guten Weg. Die Leute, die jetzt noch auf die Krypto-Chart schauen, die Leute, die sich jetzt noch über Projekte informieren, die Leute, die einfach jetzt sich im Krypto-Space bewegen, sind die, die im nächsten Jahr die Ultra-Winner sind. Weil ich war damals schon 2017 in diesen ganzen WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen. Jeder Hype, 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 Hype. Und hier hat es angefangen. Hat die Gruppe verlassen. Der hat die Gruppe verlassen. Jeder schreibt rein, Krypto stinkt. Irgendwer versucht noch mit irgendeiner Werbung für irgendein Pyramidensystem ein bisschen Geld zu machen, wo es irgendwie noch Renditen versprechen. Und hier tote Hose. Keine Aktivität mehr auf Social Media. Und eigentlich sind wir auf dem besten Weg in diese Downwards-Phase, wo es wirklich kein Schwein mehr juckt, irgendwas von Bitcoin zu hören. Der geht eh nur runter. Der stagniert und ist schon runtergegangen. Und das interessiert mich nicht mehr. Und ich muss dir eben sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Weil wenn wir erstens mal auf diesem Punkt sind, wenn wir auf dem Boden angekommen sind, dann geht es wirklich nur noch nach oben. Aber bis dahin ist es noch ein langer Leidensweg. Ich persönlich, also wenn ihr mich ehrlich fragt, was ich denke. Wir haben hier ein Lower Low. Wir haben unglaublich krasse Dochte. Also diese Kerzen nach unten, wo einfach massiv gekauft wurde. Ich persönlich, ich vermute doch, dass der Boden jetzt in greifbarer Nähe ist mit der 30.000 Dollar Marke. Wenn man die gar nicht mehr berühren, wäre es noch besser. Aber als Realist muss man auch beobachten. Und ich habe es ja schon erlebt und weiß, wie es auf einmal kommt. Ja, auf einmal bricht eine super Support-Linie und der Kurs ist ein Jahr oder noch länger mega im Keller. Also als Realist, man muss mit beiden Szenarien rechnen. Man muss auch mit Bitcoin auf 10.000 Dollar rechnen. Aber es ist für genau diese Phasen dann wieder immens wichtig. Und ich sage euch eins, alle diese Leute, die hier verkaufen, die werden die Upseiten nie im Leben mitnehmen. Und das ist eben für uns wichtig, dass wir durchhodeln. Wenn du irgendwie einen Kredit offen hast, das Geld brauchst, dann kannst du es ja noch rausnehmen. Weil im Endeffekt, du bist noch nicht 100% im Minus. Aber ich würde jetzt nicht verkaufen. Ich habe schon angefangen, leichte Positionen von Dollar wieder in Krypto reinzugeben. In Bitcoin, in Ethereum, in Binance-Coins. Ganz wenig habe ich mir ein paar Altcoins gekauft. Das gehört aber auch immer mit dazu, weil die sind jetzt extrem günstig. Und ja, schaut euch das einfach mal ein bisschen an. Wir können gerne ein bisschen in der Gruppe diskutieren. Sucht euch hier einfach so einen Chart raus. Überlegt mal, wo sind wir? Wo ist deine Gefühlslage hier irgendwo? In welcher Marktphase siehst du uns gerade? Da können wir gerne diskutieren. Wir sind über 2000 Leute in der Telegram-Gruppe, Leute. Also da macht das schon richtig Spaß, wenn viele Leute irgendwie drin sind. Wir machen auch sicher gerne wieder mal eine Abstimmung. Und eine Sache möchte ich noch erwähnen, Leute. Und zwar, ich habe in meiner Telegram-Gruppe eine Sache getaggt. Weil folgendes ist der Fall bei Bitpanda. Das zählt jetzt wirklich nur, wenn du Österreicher bist. Ich lasse mir aber noch was für alle aus Deutschland einfallen. Da gibt es jetzt eine krasse Aktion, wenn man sich einen Account macht. Also das ist jetzt keine Werbung. Und da geht es wirklich nur ums Prinzip. Da bekommt man für eine Einzahlung von 25 Euro, 50 Euro und top. Und tatsächlich bekomme ich, also weil mein Link hier verwendet wird. So, du musst aus dem Bild. Auch ich bekomme hier 50 Euro, wenn das verwendet wird. Und ich habe da dann ein Video dazu gemacht. Hey, Leute, das müssen wir eigentlich nutzen. Aber nicht für mich die Taschen voll zu machen, sondern irgendwie das auch spenden zu können. Ich habe da eine Umfrage gemacht. Für was wollen wir Geld verwenden, wenn ich wirklich viele Profs bekomme. Und zwar spenden an die Ukraine, spenden an die Kinder in Afrika. Oder irgendwas, keine Ahnung was halt, aber irgendwas, es geht denen auch ziemlich schlecht. Verlosen ist auch noch ein Thema gewesen. Und dementsprechend, Leute, wenn du aus Österreich bist, dann sei so gut. Hol dir über meinen Link in der Telegram-Gruppe einfach einen Bitpanda-Account, zahl 25 Euro ein, kauf damit irgendwas. Und dann bist du automatisch dabei, über meinen Reflink erstens 50 Euro gratis zu erhalten. Und dass ich 50 Euro spenden kann. Das würde mich mega freuen. Wir haben auch von Safepal noch knappe 300 Dollar an Provisionen. Und bei mir in der Nähe ist tatsächlich eine Schule. Und die haben jetzt ukrainische Flüchtlingskinder aufgenommen. Und ich würde da echt gerne um das Geld irgendwie Fußbälle oder Windeln oder was auch immer kaufen gehen. Und das gerne mal spenden, weil ich glaube, das ist das Mindeste, was wir gemeinsam tun können. Und wenn wir hier schon quasi so einen Money-Glitch finden, wo wir quasi Geld gratis bekommen, hey, dann würde es mich mega freuen, wenn du da mitmachst. Für die deutsche Community, ich habe mir da schon ein paar Vorschläge schicken lassen, wo es extrem viel Rewards gibt. Also teilweise für Börsen, wo die irgendwie mehrere hundert Dollar an Provisionen irgendwie geben, ohne dass jemand Geld verliert oder was auch immer. Aber da werden wir uns schon noch was aussuchen. Würde mich mega freuen, wenn wir da einfach gemeinsam ein bisschen Menschlichkeit zeigen können. Nicht nur die Gier irgendwie und Profits eine wichtige Rolle spielen, sondern auch unser soziales Engagement. Würde mich einfach mega freuen und es wissen ja vielleicht die wenigsten, aber ich persönlich bin ja vom Beruf her Kindergartenpädagoge. Also ich habe so eine Berufsausbildung mit Abschluss gemacht und bin diplomierter Erzieher tatsächlich. Aber ich habe nur einen Monat in meinem Leben gearbeitet und dann dachte ich mir so, für Gehalt arbeiten gehen habe ich eher nicht so Lust. Aber das macht mir richtig Spaß, wenn wir etwas spenden können, wenn wir wirklich was an der Situation verändern können. Dementsprechend würde es mich freuen. Haut dich in unsere Telegram-Gruppe, wenn du da noch nicht bist. Ich möchte mich damit schon wieder verabschieden aus diesem Video. Habt einen schönen Tag, habt Happy Gains. Seht niedrige Kurse als Möglichkeit, irgendwann in der Zukunft reich zu werden und nicht schon in der Woche mit einem Shitcoin. Also Leute, geduldig sein und dann sehen und hören wir uns. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.